Lektion 1 – Fruchtempfehlungen Hallo Anna, hast du in letzter Zeit neue Früchte probiert? Hallo John, ja, ich habe tatsächlich einige leckere entdeckt. Wollt ihr ein paar Empfehlungen? Unbedingt. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Dingen. Welche Früchte empfiehlst du? Nun, hast du Drachenfrucht probiert? Es ist exotisch und sehr erfrischend. Drachenfrucht? Nein, habe ich nicht. Wonach schmeckt es? Es hat einen milden, süßen Geschmack mit einem Hauch von Knusprigkeit. Die Textur ähnelt einer Kiwi. Das klingt interessant. Das sollte ich mir ansehen. Welche anderen Früchte schlägst du vor? Eine weitere tolle Frucht ist Mango. Sie ist saftig und hat einen tropischen Geschmack. Oh, ich liebe Mangos. Sie sind so köstig. Irgendwelche anderen Empfehlungen? Ja, du solltest Papaya probieren. Es ist reich an Vitaminen und hat einen einzigartigen Geschmack. Papaya, hm? Hab ich noch nie versucht. Wonach schmeckt es? Es hat einen süßen und moschusartigen Geschmack. Manche Leute sagen, es schmeckt wie eine Mischung aus Melone und Pfirsich. Das ist faszinierend. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Gibt es noch mehr Früchte, die du empfehlen möchtest? Eine weitere Frucht, die sie probieren sollten, ist Ananas. Es ist würzig und hat ein tropisches Aroma. Ananas klingt fantastisch. Ich mag seinen Geschmack in Säften, aber ich habe ihn noch nie frisch gegessen. Danke für die Vorschläge. Lektion 2. Weltweiter Support Hallo Anna, hast du von der Kampagne zur Mobilisierung globaler Unterstützung gehört? Hallo John. Ja, ich habe es genau verfolgt. Es ist unglaublich, wie es Menschen zusammenbringt. Unbedingt. Es ist wichtig, weltweit Unterstützung für verschiedene Anliegen und Initiativen zu sammeln. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Wenn Menschen sich zusammenschließen, können sie bemerkenswerte Dinge erreichen. Das ist richtig. Es geht nicht nur um individuelle Anstrengungen, sondern auch um kollektives Handeln. Genau. Wenn wir zusammenarbeiten, wird unsere Wirkung verstärkt und unsere Stimmen werden gehört. Es ist inspirierend zu sehen, wie Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenkommen, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Es zeigt die Kraft der Einheit und die Stärke verschiedener Perspektiven. Es ist erstaunlich, wie Technologie es uns ermöglicht, mit Gleichgesinnten auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Die Technologie hat die Welt in der Tat kleiner gemacht und es uns ermöglicht, mühelos zusammenzuarbeiten. Es ist unglaublich, wie ein einfacher Klick oder ein Teilen zu einer globalen Bewegung beitragen kann. Social-Media-Plattformen haben eine wichtige Rolle dabei gespielt, das Bewusstsein zu schärfen und Unterstützung zu gewinnen. Es ist wichtig, diese Plattformen verantwortungsbewusst zu nutzen und positive Veränderungen zu fördern. Absolut. Wir sollten uns der Auswirkungen bewusst sein, die unsere Worte und Handlungen auf andere haben können. Gemeinsam können wir etwas bewegen und eine bessere Zukunft für alle schaffen. Wir haben die Macht, eine Welt zu gestalten, die inklusiver, mitfühlender und nachhaltiger ist. Lassen Sie uns weiterhin gegenseitig unterstützen und fördern, sowohl lokal als auch global. Auf jeden Fall. Unsere kollektiven Bemühungen können sich nachhaltig auf Einzelpersonen und Gemeinschaften weltweit auswirken. Ich bin dankbar, Teil einer Generation zu sein, die Zusammenarbeit und Weltbürgerschaft schätzt. Es ist eine aufregende Zeit, am Leben zu sein und die positiven Veränderungen zu erleben, die wir gemeinsam bewirken können. In der Tat ist es so. Lassen Sie uns weiterhin andere mobilisieren und inspirieren, uns auf dieser Reise zu begleiten. Lektion 3 Reiseplanung Hallo Anna, ich habe nachgedacht, lass uns eine Reise planen und einen Termin vereinbaren, um diesen Laden bald zu besuchen. Hallo John, das klingt nach einer großartigen Idee. Ich wollte auch schon lange dorthin gehen. Fantastisch. Wir können es zu einem lustigen Abenteuer machen und gemeinsam den Laden erkunden. Ich freue mich. Wann, glaubst du, wäre ein guter Zeitpunkt, um zu gehen? Wie wäre es mit nächstem Wochenende? So haben wir genug Zeit, uns vorzubereiten. Nächstes Wochenende funktioniert für mich. Um wie viel Uhr sollten wir uns treffen? Treffen wir uns um 10 Uhr. Das sollte uns genügend Zeit zum Stöbern geben. Hört sich gut an. Sollen wir eine Liste von Dingen erstellen, die wir sehen oder kaufen wollen? Auf jeden Fall. Es wäre hilfreich, einen Plan zu haben, damit wir nichts verpassen. Ich mache eine Liste der Artikel, an denen ich interessiert bin. Was ist mit dir? Ich mache das Gleiche. Das wird unsere Reise organisierter und effizienter machen. Außerdem können wir unsere Listen vergleichen und gemeinsam neue Dinge entdecken. Unbedingt. Es wird Spaß machen, Empfehlungen auszutauschen und die Angebote des Shops zu erkunden. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was sie haben. Es ist immer aufregend, einzigartige Gegenstände zu entdecken. Das ist es auf jeden Fall. Und vergessen wir nicht, unsere Kameras mitzubringen, um das Erlebnis festzuhalten. Gute Idee. Wir können unsere Reise dokumentieren und mit unseren Freunden teilen. Auf diese Weise können Sie es anhand unserer Fotos genießen, auch wenn Sie nicht mit uns kommen können. Exakt. Es ist, als würde man Sie auf unser Abenteuer mitnehmen. Ich freue mich sehr auf diese Reise. Es wird ein unvergesslicher Tag werden. Ich auch. Es macht immer mehr Spaß, mit einem Freund neue Orte zu erkunden. Einverstanden. Ich freue mich, dass wir das zusammen planen. Es wird eine großartige Erfahrung sein. Absolut. Lass uns alles vorbereiten und diese Reise möglich machen. Ich freue mich. Wir sehen uns nächstes Wochenende. Machen wir es zu einem unvergesslichen Tag. Lektion 4. Angst überwinden Hallo, Anna. Ich habe über unsere bevorstehende Wanderung nachgedacht und wollte etwas mit dir teilen. Hallo, John. Was geht dir durch den Kopf? Gibt es etwas, worüber du dir Sorgen machst? Ja, ich habe Höhenangst und befürchte, dass dies unser Wandererlebnis beeinträchtigen könnte. Oh, ich verstehe. Es ist normal, Ängste zu haben, aber wir können sie gemeinsam überwinden. Das ist beruhigend zu hören. Hast du irgendwelche Vorschläge, wie man diese Angst überwinden kann? Ein Ansatz besteht darin, sich in einer kontrollierten Umgebung schrittweise Höhen auszusetzen. Das macht Sinn. Es geht darum, der Angst Schritt für Schritt zu begegnen, anstatt sie komplett zu vermeiden. Exakt. Beginne mit kleinen Herausforderungen, wie dem Klettern auf einer Leiter oder dem Gehen auf einer hohen Brücke. Das kann ich versuchen. Vielleicht kann ich mein Selbstvertrauen stärken, indem ich die Körpergröße schrittweise erhöhe. Das ist eine großartige Strategie. Denken Sie daran, es ist in Ordnung, es in Ihrem eigenen Tempo zu machen. Danke für Ihr Verständnis. Es bedeutet mir viel, deine Unterstützung zu haben. Natürlich. Wir sind ein Team und ich werde da sein, um Sie bei jedem Schritt zu ermutigen. Das bedeutet mir sehr viel. Ich möchte nicht, dass meine Angst uns davon abhält, die Wanderung zu genießen. Wir finden alternative Wege oder machen bei Bedarf Pausen. Wir werden dafür sorgen, dass es funktioniert, versprochen. Ich schätze Ihre Flexibilität und Bereitschaft, meine Angst zu berücksichtigen. Es ist wichtig, dass der Komfort und die Sicherheit aller bei unserem Wanderabenteuer an erster Stelle stehen. Absolut. Es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem wir alle eine großartige Erfahrung machen können. Und denken Sie daran, dass die Auseinandersetzung mit unseren Ängsten zu persönlichem Wachstum und neuen Möglichkeiten führen kann. Du hast recht. Indem ich mich selbst herausfordere, stelle ich vielleicht fest, dass ich zu mehr fähig bin, als ich dachte. Genau. Ich glaube an dich. Wir werden diese Angst gemeinsam besiegen. Ich danke dir. Jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, fühle ich mich selbstbewusster. Dafür sind Freunde da. Wir unterstützen und stärken uns gegenseitig bei Herausforderungen. Ich bin dankbar, dich als meinen Wanderfreund zu haben. Lass uns diese Reise unvergesslich machen. Lektion 5. Das Homeoffice umgestalten Hallo Anna, hast du darüber nachgedacht, dein Homeoffice auf den neuesten Stand zu bringen? Hallo John, eigentlich habe ich darüber nachgedacht. Ich habe das Gefühl, dass es ein frisches Aussehen braucht. Das ist eine tolle Idee. Ein gut gestalteter Arbeitsplatz kann Produktivität und Inspiration steigern. Genau. Ich möchte einen Raum schaffen, der mich motiviert, effizient zu arbeiten. Haben Sie darüber nachgedacht, welche Art von Möbeln Sie integrieren möchten? Ja, ich suche nach neuen Möbeln, die sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend sind. Haben Sie darüber nachgedacht, einen bequemen und ergonomischen Stuhl zu kaufen? Ja, ein guter Stuhl ist für langes Sitzen unerlässlich. Er sollte meine Körperhaltung unterstützen. Absolut. Ein richtiger Stuhl kann Rückenschmerzen vorbeugen und den allgemeinen Komfort verbessern. Ich denke auch darüber nach, einen geräumigen Schreibtisch mit ausreichend Stauraum für meine Vorräte hinzuzufügen. Das ist eine kluge Wahl. Ein übersichtlicher Arbeitsplatz trägt dazu bei, den Fokus und die Organisation aufrechtzuerhalten. Ich stimme zu. Es ist wichtig, für alles einen bestimmten Platz zu haben. Was ist mit der Beleuchtung? Haben Sie darüber nachgedacht, in eine gute Schreibtischlampe zu investieren? Ja, die richtige Beleuchtung ist entscheidend. Ich möchte sicherstellen, dass der Raum gut beleuchtet und für meine Augen angenehm ist. Das ist klug. Ausreichende Beleuchtung reduziert die Belastung der Augen und macht die Umgebung angenehmer. Ich denke auch darüber nach, einige dekorative Elemente hinzuzufügen, um den Raum zu personalisieren. Das ist eine tolle Idee. Das Hinzufügen von Pflanzen oder Kunstwerken kann eine positive und inspirierende Atmosphäre schaffen. Ich freue mich, dass du Pflanzen erwähnt hast. Sie verleihen nicht nur Schönheit, sondern reinigen auch die Luft. Absolut. Zimmerpflanzen können die Luftqualität verbessern und eine beruhigende Umgebung schaffen. Ich freue mich über dieses Projekt. Es wird einen großen Unterschied in meiner Produktivität machen. Das wird es auf jeden Fall. Ein gut gestalteter und organisierter Arbeitsbereich gibt den richtigen Ton für die Arbeit an. Ich freue mich auch darauf, die neuen Möbel zu kaufen. Es macht immer Spaß, neue Stile zu entdecken. Das ist es auf jeden Fall. Wenn Sie verschiedene Optionen erkunden, können Sie Stücke finden, die Ihrem Geschmack entsprechen. Ich werde darauf achten, Maße zu nehmen, um sicherzustellen, dass die Möbel perfekt in den Raum passen. Das ist ein kluger Schachzug. Es ist wichtig, die Abmessungen und die Raumaufteilung zu berücksichtigen. Ich bin dankbar für deinen Beitrag. Es ist hilfreich, Ideen zu diskutieren und verschiedene Sichtweisen einzuholen. Ich bin immer hier, um dich zu unterstützen. Lassen Sie uns Ihr Heimbüro zu einem Ort machen, an dem Sie gerne arbeiten. Ich danke dir. Ich schätze Ihre Hilfe und Ihren Enthusiasmus. Es bedeutet mir viel. Du bist willkommen. Ich kann es kaum erwarten, die Verwandlung zu sehen. Es wird unglaublich werden. Lektion 6 Grillen und Sommeraromen Hallo Anna, hast du schon einmal versucht zu grillen? Ich liebe es absolut, besonders im Sommer. Hallo John, ja, ich grille auch gerne. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Aromen der Saison zu genießen. Das ist wahr. Das Grillen verleiht einen einzigartigen Rauchgeschmack, der die natürlichen Aromen von Lebensmitteln verstärkt. Ich stimme zu. Es ist auch eine unterhaltsame Art, Freunde und Familie zu treffen, im Freien zu treffen. Unbedingt. Grillen schafft eine entspannte und angenehme Atmosphäre zum geselligen Beisammensein. Was grillen Sie am liebsten? Ich liebe es, Burger und Hutducks zu grillen. Sie sind eine klassische Wahl für ein Barbecue im Hinterhof. Das sind köstliche Optionen. Ich bin auch ein Fan von gegrilltem Gemüse wie Mais und Zucchini. Gegrilltes Gemüse ist fantastisch. Die verkohlten Ränder verleihen Ihnen einen wunderbaren Geschmack. Ich habe auch versucht, Obst wie Ananas und Pfirsiche zu grillen. Es verleiht eine herrliche Süße. Gegrilltes Obst ist eine fantastische Idee. Die Hitze karamellisiert den Zucker und verstärkt den Geschmack. Es ist auch eine gesunde und erfrischende Dessertoption. Perfekt für warme Sommerabende. Absolut. Gegrilltes Obst kann unverändert oder zusammen mit einer Kugel Eiscreme serviert werden. Das klingt verlockend. Ich muss bei meinem nächsten Treffen versuchen, Obst zu grillen. Du wirst nicht enttäuscht sein. Es ist eine einfache, aber beeindruckende Ergänzung zu jedem Menü. Apropos Grillen, habt ihr Empfehlungen zur Marinade oder zum Würzen? Für Fleisch verwende ich oft eine Kombination aus Knoblauch, Kräutern und einem Spritzer Zitronensaft. Das klingt köstlich. Das versuche ich mal. Irgendwelche Tipps für die perfekten Grillspuren? Um die begehrten Grillmarken zu erhalten, stellen Sie sicher, dass der Grill vorgewärmt und die Roste sauber sind. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Die Präsentation ist genauso wichtig wie der Geschmack. In der Tat. Ein wunderschön gegrilltes Gericht ist sowohl eine Augenweide als auch für den Gaumen. Ich freue mich jetzt aufs Grillen. Es ist eine wunderbare Art, den Sommer zu feiern. Das ist es auf jeden Fall. Der Duft von brutzendem Essen und das Geräusch des Lachens sorgen für unvergessliche Momente. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es geht darum, Erinnerungen zu schaffen und gleichzeitig leckeres Essen zu genießen. Das ist die Essenz des Grillens. Es bringt Menschen zusammen und macht Freude. Lektion 7 Vertriebsunterstützung Hallo Anna, ich habe gehört, dass du Hilfe suchst. Ich bin im Verkauf. Wenn Sie Hilfe benötigen, lassen Sie es mich wissen. Hallo John. Das ist toll zu wissen. Ich prüfe gerade einige Optionen für ein neues Projekt. Das ist fantastisch. Ich helfe Ihnen gerne, die richtigen Lösungen für Ihr Projekt zu finden. Ich danke dir. Ich bin besonders daran interessiert, kostengünstige und dennoch zuverlässige Geräte zu finden. Ich verstehe. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Qualität und Budget zu finden. Exakt. Ich möchte sicherstellen, dass die Ausrüstung unseren Anforderungen entspricht, ohne unser Budget zu überschreiten. Damit kann ich dir auf jeden Fall weiterhelfen. Könnten Sie mir weitere Informationen zu Ihrem Projekt geben? Natürlich. Wir richten neue Büroräume ein und benötigen Computer, Drucker und Netzwerkgeräte. Das klingt nach einem aufregenden Projekt. Wie viele Computer und Drucker werden Sie voraussichtlich benötigen? Wir benötigen zunächst etwa 10 Computer und ein paar Drucker. Vermerkt. Ich werde nach Optionen suchen, die eine gute Leistung und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Das wäre toll. Wir benötigen auch zuverlässige Netzwerkgeräte für eine nahtlose Konnektivität. Ich werde sicherstellen, dass ich nach Netzwerklösungen suche, die stabile und sichere Verbindungen bieten. Danke für deine Hilfe. Ich schätze Ihr Fachwissen bei der Suche nach der richtigen Ausrüstung. Es ist mir ein Vergnügen. Kundenzufriedenheit hat für mich immer oberste Priorität. Ich freue mich, das zu hören. Könnten Sie uns auch mit Software-Empfehlungen für unsere Büroanforderungen weiterhelfen? Absolut. Ich kann Vorschläge für Produktivitätssoftware, Antivirenprogramme und mehr machen. Das wäre äußerst hilfreich. Wir wollen Effizienz und Datensicherheit gewährleisten. Das verstehe ich vollkommen. Ich sammle Informationen und präsentiere Ihnen passende Softwareoptionen. Ich bin hier, um dir die Arbeit zu erleichtern. Fühlen Sie sich frei, Fragen zu stellen oder Bedenken zu äußern. Das ist beruhigend zu hören. Ich bin dankbar für Ihre Hilfe und Anleitung. Es ist mir ein Vergnügen. Kunden zu helfen, die besten Lösungen zu finden, macht mir an meiner Arbeit am meisten Spaß. Ich freue mich, dass wir uns verbunden haben. Ihr Fachwissen wird zweifellos unserem Projekt zugutekommen. Ich bin zuversichtlich, dass wir die perfekte Ausrüstung und Software für Ihr neues Büro finden werden. Hallo Anna, ich bin bereit, einen Kauf zu tätigen. Mein Name ist John Davis und ich bezahle mit meiner Kreditkarte. Hallo Davis, danke, dass du dich für unseren Shop entschieden hast. Wir akzeptieren verschiedene Zahlungsarten, einschließlich Kreditkarten. Das ist praktisch. Ich finde, dass Kreditkarten eine sichere und problemlose Zahlungsmethode sind. Absolut. Kreditkarten bieten Schutz vor Betrug und ermöglichen eine bequeme Aufbewahrung von Aufzeichnungen. Deshalb verwende ich sie lieber. Könnten Sie mir bitte den Gesamtbetrag meines Einkaufs mitteilen? Ganz gewiss. Ihr Gesamtbetrag für die Artikel, die Sie ausgewählt haben, beträgt 75 Dollar. Großartig. Ich werde Ihnen meine Kreditkarteninformationen für die Zahlung zur Verfügung stellen. Ich danke dir. Bitte geben Sie die Kartennummer, das Ablaufdatum und den CVV-Code an. Sicher, die Kartennummer ist 1234567890123456, das Ablaufdatum ist 09-26 und der CVV-Code ist 123. Ich danke dir. Ich werde Ihre Zahlung bearbeiten und die Sicherheit Ihrer Daten gewährleisten. Das weiß ich zu schätzen. Sicherheit hat oberste Priorität, wenn es um den Austausch personenbezogener Daten geht. Das ist beruhigend zu hören. Ich bin zuversichtlich, meine Daten für diese Transaktion angeben zu können. Ich freue mich, das zu hören. Ihre Zahlung wurde erfolgreich bearbeitet. Kann ich Ihnen noch mit etwas anderem weiterhelfen? Im Moment nicht. Vielen Dank für Ihren exzellenten Service und Ihre Liebe zum Detail. Lektion 9 – Mode und Einkaufen Hallo Anna, hast du in letzter Zeit Kleidung eingekauft? Hallo John. Ja, ich bin letzte Woche tatsächlich einkaufen gegangen. Es macht immer Spaß, meine Garderobe auf den neuesten Stand zu bringen. Das ist großartig. Hast du etwas Modisches gefunden, das dir aufgefallen ist? Unbedingt. Ich habe ein atemberaubendes Kleid gefunden, dem ich nicht widerstehen konnte. Die Farbe und das Design waren so einzigartig. Klingt nach einem großartigen Fund. Wo bist du einkaufen gegangen? Ich habe eine trendige Boutique in der Innenstadt besucht. Sie haben immer die neuesten Modetrends. Ich muss es mir ansehen. Ich möchte meiner eigenen Garderobe ein paar stylische Stücke hinzufügen. Du solltest auf jeden Fall gehen. Sie haben eine große Auswahl für Männer und Frauen. Das ist perfekt. Ich bin immer auf der Suche nach Geschäften, die modische Optionen für Männer anbieten. Ich bin sicher, du wirst etwas finden, das zu deinem Stil passt. Für welche Art von Kleidung interessierst du dich? Ich bin besonders daran interessiert, eine neue Jeans und ein paar Freizeithemden zu finden. Jeans sind ein fester Bestandteil der Garderobe. Sie können sie je nach Anlass ganz einfach schick oder lässig anziehen. Ich habe kürzlich eine Marke entdeckt, die hochwertige Jeans mit einer großartigen Passform herstellt. Möchtest du den Namen? Absolut. Ich freue mich über alle Empfehlungen, die mir helfen können, das perfekte Paar zu finden. Die Marke heißt GDINIM DREAMS. Sie haben verschiedene Stile und Größen zur Auswahl. Ich danke dir. Ich werde sie mir auf jeden Fall ansehen. Haben Sie während Ihres Einkaufsbummes gute Angebote gefunden? Ja, habe ich. Es war gerade ein Verkauf im Gange und ich habe es geschafft, ein paar Artikel zu ermäßigten Preisen zu ergattern. Verkäufe sind immer eine großartige Gelegenheit, Geld zu sparen und gleichzeitig ihre Garderobe auf den neuesten Stand zu bringen. Auf jeden Fall. Es ist eine Win-Win-Situation. Sie bekommen stylische Kleidung und sparen dabei etwas Geld. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich werde nach bevorstehenden Verkäufen oder Rabatten Ausschau halten. Das ist eine kluge Idee. Es ist immer gut, von Aktionen und Sonderangeboten Gebrauch zu machen. Danke für die Einkaufstipps. Ich freue mich darauf, neue Modi-Optionen zu erkunden. Lektion 10. Auswahl beim Frühstück Hallo Anna, hast du die Frühstücksoptionen in diesem neuen Café in der Innenstadt probiert? Hallo John. Ja, ich war ein paar Mal dort. Sie haben eine Vielzahl von Frühstücksoptionen, sowohl vegetarisch als auch vegan. Das ist fantastisch. Ich bin immer auf der Suche nach Orten, die auf unterschiedliche Ernährungspräferenzen zugeschnitten sind. Es ist großartig, Optionen zu haben, die unterschiedlichen Lebensstilen und Essensoptionen gerecht werden. Welche vegetarischen Frühstücksoptionen bieten Sie an? Sie haben köstliche Gemüseomelettes, Avocadotoast und eine Vielzahl von frischen Obstschalen. Die klingen alle appetitlich. Ich versuche, mehr pflanzliche Mahlzeiten in meine Ernährung aufzunehmen. Das ist ein großartiges Ziel. Das Frühstück ist eine perfekte Gelegenheit, um den Tag mit nahrhaften pflanzlichen Speisen zu beginnen. Auf jeden Fall. Haben Sie auch vegane Speisen auf Ihrer Speisekarte? Ja, das tun Sie. Sie bieten vegane Pfannkuchen aus Mandelmilch an, die mit frischen Beeren belegt sind. Vegane Pfannkuchen klingen herrlich. Es ist gut zu wissen, dass es für jeden leckere Optionen gibt. Es ist wichtig, inklusiv zu sein, wenn es um die Auswahl von Lebensmitteln geht. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist wunderbar, mehr Restaurants zu sehen, die eine vielfältige Speisekarte anbieten. Das ist es gewiss. Es zeigt, dass Sie die Vorlieben und Ernährungsbedürfnisse Ihrer Kunden schätzen. Gibt es noch etwas auf Ihrer Frühstückskarte, das Ihre Aufmerksamkeit erregt hat? Sie haben auch eine Vielzahl von Smoothie-Bohls, die aus pflanzlichem Protein hergestellt und mit Müsse und Müsse belegt sind. Das klingt nach einer nahhaften und befriedigenden Option. Ich werde es versuchen müssen. Ich bin sicher, du wirst es genießen. Es ist eine erfrischende und sättigende Art, den Tag zu beginnen. Danke für die Empfehlung. Ich freue mich darauf, Ihr Frühstücksmenü zu erkunden. Lektion 11 – Hilfe beim Lebensmitteleinkauf Hallo Anna, ich brauche Hilfe beim Einkaufen. Könnten Sie mir helfen? Hallo John. Natürlich helfe ich gerne weiter. Was musst du kaufen? Ich muss einige wichtige Dinge wie Milch, Eier, Brot und frisches Gemüse abholen. Das klingt ziemlich einfach. Suchen Sie nach etwas Bestimmtem, zum Beispiel nach einer Marke oder einem Typ. Für die Milch entscheide ich mich normalerweise für fettarme Milch. Was das Brot angeht, bevorzuge ich Vollkornbrot. Es wäre toll, einen Mix zu haben. Ich genieße es, Optionen für Salate zu haben und verschiedene Gerichte zu kochen. Abwechslung ist immer eine gute Idee. Ich werde darauf achten, eine Mischung aus buntem und nahrhaftem Gemüse auszuwählen. Ich danke dir. Danke für deine Hilfe. Brauchst du irgendwas aus dem Supermarkt? Ich füge diese Artikel zu meiner Liste hinzu. Gibt es eine bestimmte Nudelsorte oder eine bestimmte Marke von Tomatenkonserven, die Sie bevorzugen? Jede Art von Pasta reicht aus und für die Tomatenkonserven entscheide ich mich normalerweise für die Ohne-Salz-Zusatz. Vermerkt. Ich werde sicherstellen, dass ich eine Marke auswähle, die diese Kriterien erfüllt. Steht noch etwas auf deiner Einkaufsliste? Ja, ich brauche auch etwas frisches Basilikum und Parmesan-Käse, um das Rezept zu vervollständigen. Frisches Basilikum und Parmesan-Käse. Hapes. Ich sorge dafür, dass ich hochwertige Zutaten für dich besorge. Ich danke dir vielmals. Ich schätze auch Ihre Hilfe bei meinen Einkäufen. Es ist mir ein Vergnügen. Wir können unseren Einkaufsbummel effizienter gestalten, indem wir uns gegenseitig helfen. Absolut. Es ist immer schön, eine helfende Hand zu haben, wenn es um Lebensmitteleinkäufe geht. Auf jeden Fall. Wir können Zeit sparen und sicherstellen, dass wir beide genau das bekommen, was wir brauchen. Das ist die Idee. Gemeinsam können wir unser Einkaufserlebnis angenehmer und produktiver gestalten. Nochmals vielen Dank. Ich freue mich, dass wir uns gegenseitig beim Einkaufen unterstützen können. Lektion 12 Neue Aufgaben Hallo Anna, ich wollte mit dir über die neuen Aufgaben sprechen, die ich kürzlich übernommen habe. Hallo John. Das klingt interessant. Über welche Art von Verantwortung sprechen wir? Nun, ich habe die Gelegenheit bekommen, bei der Arbeit ein Projekt zu leiten, bei dem es darum geht, ein Team zu leiten. Das ist ein bedeutender Fortschritt. Die Übernahme einer Führungsrolle zeigt ihr Wachstum und ihr Potenzial. Ich danke dir. Ich bin sowohl aufgeregt als auch etwas nervös wegen der zusätzlichen Verantwortung. Es ist ganz natürlich, sich so zu fühlen. Die Annahme neuer Herausforderungen ist ein Zeichen für persönliches und berufliches Wachstum. Du hast recht. Das Verlassen meiner Komfortzone ist für meine Entwicklung unerlässlich. Absolut. Durch diese Erfahrungen lernen und demonstrieren wir unsere Fähigkeiten. Ich möchte sicherstellen, dass ich in dieser neuen Rolle einen guten Job mache. Irgendwelche Ratschläge zur effektiven Führung? Ein wichtiger Aspekt ist eine klare Kommunikation. Kommunikation ist in der Tat der Schlüsse. Ich werde dafür sorgen, klare Leitlinien zu geben und einen offenen Dialog zu fördern. Eine weitere wichtige Eigenschaft ist die Zugänglichkeit. Ermutigen Sie Ihre Teammitglieder, Ihre Ideen und Bedenken mitzuteilen. Das ist ein gutes Argument. Ich möchte ein Umfeld schaffen, in dem sich jeder wohl fühlt, seinen Beitrag zu leisten. Die Schaffung eines positiven und inklusiven Arbeitsumfelds fördert die Zusammenarbeit und Produktivität. Problemlösung ist eine entscheidende Fähigkeit für eine Führungskraft. Mein Team in die Problemlösung einzubeziehen, wird nicht nur zu besseren Ergebnissen führen, sondern es auch stärken. Exakt. Indem Sie andere einbeziehen, zeigen Sie Vertrauen und entwickeln ein starkes Gefühl für Teamarbeit. Ich schätze Ihre Erkenntnisse. Ich fühle mich sicherer, wenn ich Ihre Unterstützung und Ihren Rat habe. Du bist willkommen. Ich glaube an deine Fähigkeiten und bin hier, um dich bei jedem Schritt zu unterstützen. Ich danke dir. Das bedeutet mir sehr viel. Ich freue mich darauf, diese neuen Aufgaben anzunehmen und zu wachsen. Ich habe keinen Zweifel, dass Sie sich auszeichnen werden. Nehmen Sie die Herausforderungen an und demonstrieren Sie weiterhin Ihr Wachstum. Das werde ich. Danke für deine Ermutigung und deinen Glauben an mich. Auf neue Anfänge! Lektion 13 Nähzeug für Gäste Hallo Anna, warst du schon einmal in einem Hotel, in dem Nähzeug für Gäste angeboten wird? Hallo John! Ja, viele Hotels bieten Nähzeug als Teil ihrer Ausstattung für Gäste an. Das ist interessant. Ich habe mich immer gefragt, ob die Leute diese Kids während ihres Aufenthalts tatsächlich benutzen. Manche Menschen finden sie nützlich, besonders wenn sie kleinere Reparaturen oder Anpassungen an ihrer Kleidung vornehmen müssen. Ich kann mir vorstellen, dass es in solchen Situationen praktisch sein kann, ein Näsit griffbereit zu haben. Absolut! Es ist eine wohlüberlegte Geste von Hotels, ihren Gästen solche Annehmlichkeiten zu bieten. Enthalten diese Sets normalerweise nur grundlegende Nähutensilien wie Nadeln und Fäden? Ja, normalerweise enthält ein Näsit wichtige Dinge wie Nadeln, Fäden, Knöpfe und manchmal eine kleine Schere. Das klingt praktisch. Es ist schön, diese Dinge zur Hand zu haben, wenn man sie braucht. Auf jeden Fall! Es erspart den Gästen die Mühe, im Notfallnähtzubehör zu finden oder zu kaufen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch ein Gefühl der Sicherheit gibt, zu wissen, dass das Hotel auf solche Situationen vorbereitet ist. Exakt! Es geht darum, den Gästen ein angenehmes und sorgenfreies Erlebnis zu bieten. Ich habe nie wirklich über diese kleinen Details nachgedacht, um die sich Hotels kümmern, um den Aufenthalt ihrer Gäste zu verbessern. Es sind die kleinen Dinge, die den Unterschied machen und einen bleibenden Eindruck bei den Gästen hinterlassen. Ich stimme zu. Es zeigt die Liebe des Hotels zum Detail und sein Engagement für die Kundenzufriedenheit. Absolut! Wenn Sie mit durchdachten Annehmlichkeiten noch einen Schritt weiter gehen, kann sich ein Hotel von der Konkurrenz abheben. Ich schätze die Bemühungen, die unternommen werden, um einen komfortablen und angenehmen Aufenthalt zu bieten. Es ist immer schön, sich gut aufgehoben zu fühlen, wenn Sie nicht zu Hause sind. Auf jeden Fall! Jetzt werde ich diesen kleinen Details mehr Aufmerksamkeit schenken, wenn ich in Zukunft in Hotels übernachte. Es ist großartig, dass unser Gespräch das Bewusstsein für diese Details geschärft hat. Genießen Sie Ihre zukünftigen Hotelaufenthalte. Ich danke dir. Das werde ich. Und danke, dass du deine Erkenntnisse zu diesem Thema geteilt hast. Es war aufschlussreich. Lektion 14 Joggen und Frequenz im Fitnessstudio Hallo Anna, joggst du gerne? Wie oft gehst du ins Fitnessstudio? Hallo John. Ja, ich liebe es zu joggen. Es ist eine großartige Möglichkeit, aktiv zu bleiben und die Natur zu genießen. Ich versuche dreimal pro Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Das klingt nach einer guten Routine. Ich habe darüber nachgedacht, Joggen in mein Fitnessprogramm aufzunehmen. Joggen ist eine fantastische Herz-Kreislaufübung. Es hilft, die Ausdauer zu verbessern und Kalorien zu verbrennen. Das ist genau das, was ich suche. Wie oft gehst du joggen? Normalerweise gehe ich drei bis vier Mal pro Woche joggen, abhängig von meinem Zeitplan und dem Wetter. Das klingt überschaubar. Ich fange mit einer ähnlichen Frequenz an und schaue, wie es läuft. Das ist ein guter Ansatz. Denken Sie daran, mit einem angenehmen Tempo zu beginnen und Intensität und Distanz schrittweise zu erhöhen. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Hast du irgendwelche Tipps für Anfänger, die mit dem Joggen beginnen wollen? Sicher. Beginnen Sie mit einem Aufwärmen, um Ihre Muskeln vorzubereiten, tragen Sie richtige Laufschuhe und hören Sie auf Ihren Körper, um Überanstrengung zu vermeiden. Danke für den Rat. Ich werde mich aufwärmen und in ein gutes Paar Laufschuhe investieren. Du bist willkommen. Die Pflege ihrer Füße ist für ein angenehmes und verletzungsfreies Jogging-Erlebnis unerlässlich. Ich stimme zu. Neben dem Joggen hast du erwähnt, ins Fitnessstudio zu gehen. Welche Art von Übungen machst du normalerweise dort? Im Fitnessstudio konzentriere ich mich auf die Füße. Das klingt nach einem rundum gelungenen Training. Wie lange verbringst du normalerweise im Fitnessstudio? Meine Trainingseinheiten dauern normalerweise ungefähr eine Stunde. Es gibt mir genug Zeit, um meine Übungen zu beenden und mich richtig abzukühlen. Das ist eine angemessene Dauer. Ich werde auch eine Stunde anstreben, wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Es ist ein gutes Ziel, das man anstreben sollte. Denken Sie daran, auf Ihren Körper zu höheren und Intensität und Dauer an Ihr Fitnessniveau anzupassen. Absolut. Ich mache es Schritt für Schritt und erhöhe schrittweise meine Zeit und Intensität im Fitnessstudio. Das ist der richtige Ansatz. Beständigkeit und schrittweiser Fortschritt sind der Schlüssel zum Erreichen von Fitnesszielen. Ich schätze Ihre Anleitung und Ermutigung. Es ist motivierend, jemanden zu haben, mit dem man Fitnesserfahrungen teilen kann. Du bist willkommen. Es ist immer toll, einen Trainingspartner oder jemanden zu haben, der Tipps austauscht und sich gegenseitig unterstützt. Auf jeden Fall. Ich freue mich darauf, Joggen und Training im Fitnessstudio in meine Routine aufzunehmen. Auf einen gesünderen Lebensstil. Lektion 15. Hotelausstattung und Reservierung Hallo Anna, als wir unser Hotel gebucht haben, haben Sie die angebotenen Annehmlichkeiten überprüft? Hallo John. Ja, habe ich. Auf der Website des Hotels wurden verschiedene Annehmlichkeiten wie ein Swimmingpool, ein Fitnesscenter und ein kostenloses Frühstück aufgeführt. Das klingt großartig. Ich freue mich darauf, diese Annehmlichkeiten während unseres Aufenthalts zu nutzen. Ich auch. Es ist immer schön, Möglichkeiten zur Entspannung zu haben und den Tag mit einem guten Frühstück zu beginnen. Absolut. Ich finde es praktisch, wenn Hotels ein kostenloses Frühstück anbieten, da das Zeit und Geld spart. Ich stimme zu. Es ist ein Bonus, das Frühstück im Preis inbegriffen zu haben, besonders wenn wir Reisen und neue Orte erkunden. Haben Sie zufällig gesehen, ob das Hotel ein Restaurant oder einen Zimmerservice für andere Mahlzeiten hat? Ja, das Hotel verfügt über ein eigenes Restaurant und bietet auch einen Zimmerservice für Gäste, die lieber auf ihrem Zimmer speisen möchten. Das ist praktisch. Es ist gut zu wissen, dass wir Restaurants direkt im Hotel anbieten. Auf jeden Fall. Es gibt uns Flexibilität, insbesondere an Tagen, an denen wir vielleicht nicht zum Essen ausgehen möchten. Mir ist auch aufgefallen, dass das Hotel kostenloses WLAN bietet. Das ist wichtig, um in Verbindung zu bleiben, während wir dort sind. Absolut. Mit kostenlosem WLAN können wir problemlos auf Informationen zugreifen, mit unseren Lieben in Kontakt bleiben und unsere täglichen Aktivitäten planen. Hast du zufällig gesehen, ob sie zusätzliche Dienstleistungen wie Wäscherei oder Flughafentransfer anbieten? Ja, das Hotel bietet seinen Gästen einen Wäscheservice an und kann auf Anfrage auch Flughafentransfer arrangieren. Das ist praktisch, besonders wenn wir unsere Kleidung während unseres Aufenthalts oder bei unserer Ankunft am Flughafen auffrischen müssen. Exakt. Es ist gut, diese Dienste bei Bedarf zur Verfügung zu haben, um unseren Aufenthalt komfortabler und stressfreier zu gestalten. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, all diese Details zu überprüfen, bevor Sie die Reservierung vornehmen. Ich möchte immer sicherstellen, dass unsere Unterkunft unseren Bedürfnissen und Vorlieben entspricht. Es ist toll, jemanden zu haben, der so organisiert ist wie Sie, wenn es um die Reiseplanung geht. Ich weiß das zu schätzen. Ich danke dir. Es macht mir Spaß, dafür zu sorgen, dass für unsere Reisen alles gut organisiert ist. Es trägt zum Gesamterlebnis bei. Nun, du machst das hervorragend. Ich bin mir sicher, dass unser bevorstehender Hotelaufenthalt dank Ihrer Bemühungen angenehm sein wird. Danke für deine freundlichen Worte. Ich freue mich auf unsere Reise und den angenehmen Aufenthalt, den wir im Hotel haben werden. Ich auch. Es wird eine fantastische Erfahrung. Machen wir das Beste daraus. Lektion 16, Wanderziel Hallo, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, ein paar Outdoor-Aktivitäten zu machen. Das klingt nett, oder? Hallo, John. Absolut. Ich liebe es, Zeit in der Natur zu verbringen. Du hast Wandern erwähnt und ich bin voll und ganz dafür. Das ist toll zu hören. Haben Sie Empfehlungen für Wanderwege oder Ausflugsziele? Nun, das hängt vom Schwierigkeitsgrad ab, den Sie suchen. Bist du ein Anfänger oder ein erfahrener Wanderer? Ich würde mich als Anfänger betrachten. Ich bin noch nicht viel gewandert, aber ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Das ist fantastisch. Für Anfänger würde ich vorschlagen, mit einigen lokalen Wanderwegen oder nahegelegenen Naturschutzgebieten zu beginnen. Sie haben normalerweise gut markierte Wege und sind für Anfänger geeignet. Das klingt nach einem guten Ausgangspunkt. Gibt es bestimmte Orte, die Sie empfehlen würden? Wenn Sie Lust auf eine malerische Wanderung haben, gibt es einen wunderschönen Wanderweg namens Blue Mountain Trail. Er bietet einen atemberaubenden Blick auf die umliegende Landschaft. Wow, das klingt unglaublich. Ich liebe die Idee, die Natur zu genießen und gleichzeitig Sport zu treiben. Absolut. Wandern ermöglicht es Ihnen, sich von der Hektik des Alltags zu lösen und die Schönheit der Natur zu genießen. Benötige ich spezielle Ausrüstung oder Ausrüstung zum Wandern? Ich möchte sicher gehen, dass ich vorbereitet bin. Für eine Anfängerwanderung sollten bequeme Wanderschuhe oder Wanderschuhe ausreichen. Es ist auch eine gute Idee, einen Rucksack mit wichtigen Dingen wie Wasser, Snacks und einem Erste-Hilfe-Set mitzubringen. Das macht Sinn. Ich sorge dafür, dass ich diese Sachen packe. Wie lange dauert es, bis der Blue Mountain Trail abgeschlossen ist? Der Blue Mountain Trail ist eine moderate Wanderung und dauert je nach Tempo und Pausen etwa zwei bis drei Stunden. Das klingt überschaubar. Ich plane einen Halbtagesausflug ein, um das Erlebnis in vollen Zügen genießen zu können. Das ist ein guter Plan. Und vergiss nicht, eine Kamera mitzubringen. Auf jeden Fall werde ich meine Kamera mitbringen, um die Reise zu dokumentieren. Gibt es noch andere Wanderziele, die du empfiehlst? Wenn Sie Lust auf eine anspruchsvollere Wanderung haben, gibt es einen Weg namens Igle Peak. Er ist bekannt für seine steilen Steigungen und den lohnenden Panoramablick vom Gipfel. Igle Peak klingt abenteuerlich. Ich könnte mich darauf hocharbeiten, sobald ich mehr Wandererfahrung gesammelt habe. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist wichtig, den Schwierigkeitsgrad schrittweise zu erhöhen, um ein sicheres und angenehmes Wandererlebnis zu gewährleisten. Ich schätze Ihre Anleitung. Ich freue mich immer mehr darauf, diese schönen Wege zu wandern und zu erkunden. Lektion 17 – Das Wichtigste beim Wandern Hallo Anna, ich freue mich auf unsere bevorstehende Wanderreise. Ich habe gehört, dass wir auch etwas Wanderausrüstung und bequeme Schuhe einpacken sollten. Hallo John, absolut. Es ist wichtig, gut vorbereitet zu sein. Stellen Sie auf jeden Fall sicher, dass Sie ein paar wichtige Dinge mitbringen. Das macht Sinn. Ich möchte nichts Wichtiges vergessen. Ich mache eine Checkliste, damit ich alles einpacken kann, was ich brauche. Das ist eine tolle Idee. Eine Checkliste hilft Ihnen dabei, organisiert zu bleiben und stellt sicher, dass Sie keine wichtigen Dinge verpassen. Was sind einige unverzichtbare Dinge für einen Wanderausflug? Ich möchte sicher gehen, dass ich alles abgedeckt habe. Erstens sind bequeme und robuste Wanderschuhe entscheidend. Sie bieten Halt und Traktion auf unebenem Gelände. Ich werde auf jeden Fall in ein gutes Paar Wanderschuhe investieren. Ich möchte sicherstellen, dass sich meine Füße während der Wanderung wohlfühlen. Das ist eine kluge Entscheidung. Ihre Füße werden es Ihnen danken, besonders bei längeren Wanderungen mit wechselndem Gelände. Was ist mit Kleidung? Gibt es spezielle Überlegungen zur Wanderkleidung? Entscheiden Sie sich für feuchtigkeitsableitende und atmungsaktive Kleidung, die eine einfache Bewegung ermöglicht. Die Schichtung ist auch wichtig für die Temperaturregulierung. Deshalb sollte ich leichte und atmungsaktive Stoffe tragen, die mich während der Wanderung kühl und trocken halten. Exakt. Es ist wichtig, dass Sie sich wohlfühlen und sich vor den Elementen schützen, während Sie die Wanderung genießen. Gibt es Zubehör oder Ausrüstung, die wir mitbringen sollten? Ein Rucksack ist unverzichtbar, um Wasser, Snacks, eine Karte, einen Kompass und ein Erste-Hilfe-Set mitzunehmen. Vergessen Sie auch nicht Sonnencreme und Insektenschutzmittel. Ich werde sicherstellen, dass ich einen Rucksack mit all diesen Gegenständen packe. Sicherheit ist wichtig und ein Erste-Hilfe-Set wird sich auf jeden Fall als nützlich erweisen. Absolut. Es ist immer besser, auf unerwartete Situationen vorbereitet zu sein. Vergessen Sie außerdem nicht, einen Hut, eine Sonnenbrille und eine Regenjacke mitzubringen, falls sich die Wetterbedingungen ändern. Guter Punkt. Ich werde diese Artikel auch zu meiner Checkliste hinzufügen. Es ist besser, auf jedes Wetter vorbereitet zu sein. Auf jeden Fall. Das Wetter kann unvorhersehbar sein, besonders im Freien. Es ist wichtig, geschützt zu bleiben und sich wohl zu fühlen. Gibt es noch etwas, das ich für die Wanderreise beachten sollte? Es ist immer eine gute Idee, jemanden über Ihre Wanderpläne zu informieren, einschließlich des Weges, auf dem Sie sich befinden werden, und Ihrer voraussichtlichen Rückkehrzeit. Das ist eine kluge Sicherheitsmaßnahme. Ich werde sicherstellen, dass jemand über unsere Wanderpläne und die voraussichtliche Dauer informiert wird. Hervorragend. Es ist immer besser, jemanden über Ihre Pläne zu informieren, nur für den Fall. Ich fühle mich jetzt sicherer, da ich eine Checkliste habe und weiß, was ich unbedingt mitbringen muss. Vielen Dank für Ihre Anleitung. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Ich bin mir sicher, dass Sie eine fantastische Wanderung mit der notwendigen Ausrüstung haben werden. Ich freue mich riesig darauf. Ich werde sicherstellen, dass ich die Reise genieße und die wunderschöne Umgebung genieße. Das ist der Geist. Denken Sie daran, es geht nicht nur darum, das Ziel zu erreichen, sondern auch darum, das gesamte Wandererlebnis zu genießen. Absolut. Das behalte ich im Hinterkopf. Danke nochmal. Ich werde dich wissen lassen, wie die Wanderung verläuft. Ich werde dich wissen, wie die Wanderung verläuft.